Ja, grüß euch liebe Leute. Ja, es ist soweit. Jetzt könnt ihr euch ein Winter oder ein Buchen beim Heiderway auf der Planalm. Und das coole dabei ist, mit dem Rabattcode, was ihr da unten seht, könnt ihr euch sogar noch ein bisschen Geld sparen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Skifahren. Genießt es auf der schönen Planalm.